ja ohohoho ich hab so ein Glück alter ist unglaublich ach so die Maxis Drohne die dürfte in der Kirche sein weil der den möchte ja ich finde die eigentlich ziemlich genial ich hab die am Anfang immer gehatet weil ich die scheiße die ist übergeil eigentlich die kann mega viel genau als ich gehört habe dass es hier Zauberstäbe geben soll da habe ich mich noch da habe ich voll die Map gehatet aber das ist richtig geil umgesetzt worden übernice die Map da dachte ich sofort an Harry Potter oder guck dir die hessige Waffe an was ist der Lieblingsstab eigentlich äh Wind oder Eis für Feuer den Blitzstab ganz geil ja alter Blitz man bei wenn man den auflädt dann muss man den nicht auf dem Boden schießen sondern auf die Zombies dann wirkt der wie die ähm Wunderwaffe ich hab jetzt DSR Schalldämpfer du kannst den Fall du kannst den Fall auch auf den Boden schießen dann hast du so eine Kugel und die blitzt dann alle in deiner wie schwul was hast du da die ist ja mega schwul mit Schalldämpfer die gibt ja Hitmarker durchgehend hast du ne hast du ne Waffe mit Schalldämpfer DSR ja kannst du eine Obnavisierung bekommen ne Basti naja hatte ich gerade sieht die über hässlich aus also habt ihr noch viele zum HD 3xD Down the stairs so ich punch einfach mal Rake was richtig geil ist im Crazy Blaze gibt es ja ne Spatz äh ne was laber ich hier ne Spatz ne STG die heißt gepuncht Spatz deswegen ja ja da kann ich immer wieder was ist die los ich bin unter dir und ein Panzersoldat oh das wird hart du musst dir Juggern und gehen in die Unterwelt oder so boah stell dir vor die Tarnung die Pack-and-Punch Tarnung von hier gäb's äh online online das wär geil das wär die erste die ich mir kaufen würd yo wie wärs wenn du einfach mal da vorne hält ja yo komm mir aus ich geh gleich locker down danke ne MCO einfach wegrennen helfen ist nicht ja da kann man doch niemanden antun alter ja erstmal beide gekillt like a boss lecker Basti ähm hier läuft ein Zombie ohne Arme ohne Bein und ohne Kopf krabbelt auf'n Boden ha 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 das wird geil lacht was verlieren wir wieder Punkte wegen Tim revive me ach egal scheiß drauf nein ich komme ja wie sieht's aus ich bekomm dich eh nicht boah wenn keiner bei Tim ist können wir auch nichts machen können wir nicht spawnen wir haben wir Zombies vor mir ohne Ende wurde Verbindung unterbrochen geil wenn's mich lecken würde bei dir wärs viel besser ja oder willst du das wird das Abfuck Video des Jahres ha 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 ja guck ich knack die 100 ja ha 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 ich geh im Minusbereich Mann ich geh im Minus Junge 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 ich will jetzt Perks ausgraben hast du Zombie Blut? ne 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 nimm doch das Zombie Blut am Anfang ja sagst du ich brauch's nicht ey das muss Tim mal irgendwann ja oder so genau lass uns doch Tim und dann mach dir ein paar Punkte versuch noch schnell zu Schakka zu rennen damit und ey Tim siehs mal positiv du kriegst nächste Runde 10 Punkte mehr alter ho ho jetzt bin ich aber neidisch und und neue Mauser Muni also wenn das nicht und neue Mauser Muni ach wenn das nicht ein Deal ist Junge geil MC auch man geil ich hab hier irgendeinen Perk ich sehs aber nicht weil alle Zombies leuchten Muni jawoll wirft mal alle eure Odin Bomben jo warte joo kannst nehm im Dings explodieren die nicht im Crazy Place da gammeln die einfach nur rum und gehen dann weg doch explodieren tun sie aber nur wie Affen ich hasse variabler Zoom auf Sniper uah fast gedau- fast in ähm in ne Ecke gerannt muss aufpassen wir können dich nicht schnell holen ja ich weiß Tim sponsor vielleicht ja aber hier ist so viel Platz wenn ich hier umfalle dann wäre ich das Schlechteste ja haha oder nicht ey Tim man was macht der der verschlägt jetzt sein Internetanbieter weißt du der hat immer so'n Hamster der dreht dann so'n Rad und das nennt man dann Internet oder Hamsternet oder auch Hamsternet der war so schlecht dass der wieder gut war ja ich hab ja wieder nen Perk ich seh einem doppelte Punkte Hamle kannst du einnehmen du solltest mal einführen dass wenn man zweimal doppelte Punkte kriegt vierfache kriegt eben wie hat man jetzt so'n dummes Kind erzählt wenn man dreimal hintereinander doppelte Punkte eingibt bekommt man dreißigfache Punkte oder so haha oh Gott da würdest du mit einem Schuss 300 Geld bekommen haha das wär fair dann mit Mauser aufm Zombie das gibt Punkte da würdest du mehr WDW auf ne Masse ja ja kann das sein dass bei Electric Cherry nur einmal pro Magazin dieser Elektroshock kommt ja das könnte man rumbacken nach jedem Schuss nachladen und nachladen abbrechen haha naja es geht nicht das braucht ne bestimmte Zeit um sich wieder aufzuladen wow Quad Headshot ach so quaaat quaaat haha aber dann könnte das man doch theoretisch auch machen da kannst du die ganze Zeit drunten rennen einmal schießen und dann nachladen nach der Zeit wenn es sich wieder aufgeladen hat naja ob es das wirklich bringt ist dann die andere Frage das wäre dann auf jeden Fall extrem zeitaufwendig ja jetzt schafft Tim aber leider sind 100 Chaos nicht mehr weil das wieder 0 hat doch der schafft das ich glaube an den das mit dir Tim wird noch bester Spieler mit 0 Chaos warte lass mal leben lass mal ein Leben ich lass den kurz ein ich stell mich kurz zu Jugger rein ähm bei mir sind noch genug Zombies jetzt sind keine mehr da jetzt hab ich alle weggeschossen jetzt spawnen wieder neue ich camp hier neben Basti sehr gut ich bleib hier manchmal an diesen Säulen hängen wo dieser Stein drinnen ist dann renne ich jetzt mal außen rum ich wette mit dir irgendwas hat mit der Aufnahme gefehlt nein bis jetzt läuft alles noch oh geil ich war auf einmal ich war gerade noch ja und LMG freu ich nicht Tim muss wiederbelebt werden ja bei mir auch Tim hat ein Chaos tatsächlich der ist nicht mehr am Leben alter Tim du bist so schlecht der ist nicht mehr am Leben der ist so schlecht der braucht nur beidrehen jawoll das kommt wie ein Evo ich hab auf dir ein bisschen Skill ich hab auf dir ein bisschen Skill Tim du brauchst echt er hat sogar 30 Punkte verloren du wirst so ein Opfer Tim was war denn der Scheiß du weißt doch man ist wenn du joinst bist du für eine Sekunde so kurz am Leben und Tim schnappt in der Sekunde zu sterben Halt im Maul Nee, Alter. Jetzt muss ich doch schlafen. Geh noch mal raus und join noch mal. Äh, hast wieder nur Chaos. Haha, nein. Ja, dann schafft er es wieder down zu gehen. Ich krieg doch eh die Punkte wieder, ist mir jetzt scheißegal. Ja komm, kill den letzten. Hoffentlich leck das jetzt nicht mehr. Hoffentlich. Oh man. Verwachsen immer. Was sag ich, hier unten zu rennen ist noch leichter, wie bei Kino der Toten zu rennen. Na. Jetzt geh mal runter. Der soll sich Jugger holen. Dann bleibt hier. Blocker, jetzt wird ein Generator angegriffen. Wenn sie eine Bank geben würde, dann könnte ich ihnen ja genug Geld geben. Aber auch genug Geld, bevor ich disconnected bin. Oh, oben noch Schild mit Tim, schnell. Boah, ich hab's glaubt ihn gepuncht und mit Doppelmagazin und Speed lädt die so schnell nach. Insta. Alter, die schlucken viel zu viel. Ich komm dagegen nicht an mit meiner MP40. Wo ist denn der? Wo ist du? Ja, so ein Flieger unten. Ja, du weißt ja immer. Warte, ich werfe ne Granate hin und du schießt da drauf. Das sind voll viele Zombies, schießt da gleich drauf, wenn du um die Ecke gehst. Ich hab ne Semtix geworfen. Alter, ich hab so viele Punkte. Ja, weil jemand ne Granate hingeschmissen hat. Bail! Tim, komm schnell bei gelb raus, bei gelb raus, komm schnell. Ah, Mann. Ja, ist nicht aufgeladen. Komm. Ich hoffe nur, dass du es noch ins Spiel, als du wieder reinkommst, weil das wär extrem scheiße. Bitte, ich brauche nicht nur Jugga, dann kann ich wieder runden rennen, dann komm ich gut rein. Ja, hier ist Jugga, komm schnell an die Kiste. Sorry, ich bin reingerannt, sorry. Ja, geh Kiste. Ja, warum bist du denn jetzt gegangen? Ja, du bist echt der Held. Ja, guck mal. Der hätte doch eh nicht mehr gehen können. Ich stand doch jetzt davor, du Fisch. Ja, und war aber weg. Ach egal. Scheiß drauf, Mann. Die Kiste ist doch eh hier. Geh doch einfach. Ja. Ja, aber dann hat er kein Geld. Ja, aber dann hat er kein Geld. Siehst du nicht, dass der kein Jugga oder sonstiges ist? Der hat immer vorher skippt, was die seine Ex-Protten haben. Oh, das wär bitter. Was, du bist für Mauser? Bitte? Mauser? Ne, wir wollen nicht. Will ihn nicht, Frau ihn nicht. Boah, ich darf schon wieder hier werden. Und Diesel. Auch das Geile ist, im Crazy Place können keine Diesel und so kommen. Deswegen aber, weil die so leuchten, denke ich manchmal, dass es ein Diesel ist. Naja. Ist aber übernice. Der Crazy Place, entweder wenn du das E-Stack beendet hast oder noch gar nicht mal angefangen hast, ist das beste Ort. Das Geilste ist, wenn du es kurz vor Ende hast, weil dann hast du noch die Stäbe. Wir würden es nicht schaffen, eine Runde zu überleben, ne, Rosti? Jetzt lass es Thema Punkte machen. Soll ich an die Kiste gehen? Ja, mach. Soll ich die Mauser punchen? Das ist so extrem einfach hier unten, dass es schon fast in Beleidigung ist. Ohne Scheiß. Mit seinem 2 überleben unten und seinem 2 oben, oder? Oder wie macht man das? Von mir aus können wir... Aber ich bin so fett, ich brauch den ganzen Raum hier unten. Von mir aus können wir auch zu dritt oben bleiben, also... Ich bleib hier bei Jugger dann. Dann kann einer beschützen und... Äh, ja, geht schon. Bist du jetzt Jugger, Tim? Ich renn hier bei Jugger rum. Ja, ich hab Jugger. Ich nehm mal das Zombieblut am Spawn, das braucht eh keiner. Ja, ist doch egal. Ich hab doch... Ich kann hier unten rennen, gut. Hier schaff ich das. Wenn das nicht geleckt, hab ich. Hör mal dir ein Schild. Hatt's bis jetzt schon mal geleckt bei dir? Hör mal dir ein Schild. Brauch ich nicht, glaub mal. Ich brauch nicht nur Jugger, weil hier festland ist. Das ist trotzdem ein Vorteil. Ja, eben. Hör echt Schild. Wo ist denn das? Das ist nur ein Vorteil. Ja, genau in dem Gang, wo du grad gekommen bist. Direkt rechts. Wo du hochgekommen bist. Ich find auch keine... rot leuchtenden... Gräber. Was für Gräber? Die rot leuchten. Um Perks zu graben. Aber ich find das ziemlich schwul, weil... Jawohl, ich hab eins, ich hab eins. Ich hab eins. Chillig. Ich hab fünf Perks jetzt. Wo ist Wunderfits? Ich hab nicht mal eins aus. Warte, wo hab ich grad die Wunderfits gezogen? Generator 6. Für die, die nicht wissen, im Video, was ich grad gemacht hab, wenn man im Zombieblut ist und rumläuft, also man braucht die goldene Schaufel und dann halt so ein rotes Grab sieht und das dann ausgräbt, dann kriegt man halt so eine Perkflasche und dann kann man sich ein fünftes Perk holen. Immer. Auch wenn man einmal da umgegangen ist, kann man sich immer noch danach fünf holen. Oder wenn man disconnectet. Dann nicht. Wo ist die Wunderfits-Kugel? Ähm, die war das letzte Mal, als ich die benutzt hab bei Chuck. Was hast du gesagt, Ernko? 1,6. Ja, okay. Ich belebe kurz Tim. Ich werfe einmal die Granaten. Ja. Oh, eine Scheiße, Alter! Maaan! Ist das Knoll ausgegangen? Oder der Keller übergeschwappt? Ja. Du kriegst gleich die Rückgang im Fjahr. Da greift du mich nicht. Ja. 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 Ja.